Ein wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe in diesem Jahr von Trade des Tages. Ja, eigentlich zu Anfang des Jahres hatten noch viele Marktteilnehmer mit einem Teilabkommen im Handelskonflikt zwischen den USA und China gerechnet, beziehungsweise dieses schon vorab gefeiert. Dann aber bereits am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres kam ein wenig Ernüchterung auf der Militärschlag im Irak und natürlich auch jetzt der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Ja, das tat dem DAX nicht besonders gut. Zeitweise ging es für den Deutschen Leitindex unter die psychologische Marke bei 13.000 Punkten. Heute hat der DAX den Schrecken vom Montag gut verdaut. Der DAX legt heute deutlich zu. Allerdings, wenn wir uns den Tagesschart anschauen, aber auch den Wochen- und Monatschart, sehen wir drei markante Widerstände. Auf Tagesbasis sind das die ehemaligen Hoos bei 13.303, 13.310. Dann aber auch noch die beiden Verlaufshoos bei 13.375 und 13.458. Diese Hürden stehen ganz einfach einem Vormarsch in höhere Kursgefilde im Weg. Wenn wir uns sogar dann den Monatschart anschauen würden, da sehen wir, dass wir es bislang nicht geschafft haben, die Bestmarke aus dem Jahr 2017 bei 13.534 nachhaltig zu überwinden. Auch 2018 bei rund 13.600 konnte zwar ein neues Rekordhoch erklommen werden, aber letztendlich in der Chart-Technik zählen die Schlusskurse. Und das ist aktuell der Deckel, der momentan drauf ist beim DAX. Nach unten sichert im Tagesschart die Unterstützung bei 13.113, 13.107 in Kombination mit dem steigenden exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell rund 13.100 nach unten ab. Also letztendlich, der DAX befindet sich schon seit etlichen Wochen in einer sogenannten Seitwärtsphase. Das heißt, nach unten haben wir die Untergrenze bei rund 13.100 und nach oben bei rund 13.460. Und in diesem Korridor könnte sich der DAX weiter bewegen. Natürlich, falls die Krise zwischen den Vereinigten Staaten und den USA natürlich weiter eskalieren sollte, dann könnte natürlich nochmal enorme Abgabedruck aufkommen. Gelingt es dem DAX aber, die 13.458 nachhaltig und auf Schlusskursbasis zu überwinden, dann wäre das vielleicht der Befeihungsschlag. Und das Allzeithoch von Januar 2018 bei etwa 13.600 wäre dann das erste Etappenziel auf dem Weg, vielleicht sogar zur nächsten psychologischen Marke bei 14.000. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag und viel Erfolg beim Trading. Vielen Dank.